Es wird alles easy. Ja, mit so einem mittleren Schwierigkeitsmodus, oder? Der schwierigste, bei dem man alle Hinweise finden kann. Hallo? Alter, ein Holzschwert. Cool ist das denn? Alter, ein Weinregal. Das ist viel cooler als dein Holzschwert. Alkoholiker. Das Spiel macht den Beweis. Die Erde ist eine Scheibe. Hallo, Geist. Zeig mal, wo bist. Direkt neben der Haustür ist die Dusche an. Dann wasch dich. Ah ja. Oh, Bro. Alter. Ist da jemand? Äh. Ich glaub, der Geist ist not amused, dass du sein Spielzelt benutzt. Jo, egal, aber das ist jetzt meins. Oh, das kommt da auch vor. Nee, von wo kommt denn das? Mit was, Herbert, was hat der? Nicht, okay. Das war gar kein Spuk. Ich bin tot. Okay, ich fahr heim. So, jetzt aber muck scheit. Geil, konzentrier dich mal. Oh! Was, hast du ihn schon gefunden? Hörst du das? Ah, jetzt, wenn ich rausgehöre, ich... Und für was braucht man so ne Glocke? Äh, damit kannst du... Is there a ghost? Is there a ghost? Is there... Oh! MF 5! Hallo? Geist? Ja, Scheine. Oh! Äh, die war ja schnell weg. Ja, irgendwie ist sie jetzt aber auch nicht so... Also, ich hab fast sogar ein bisschen das Gefühl, das liegt an der Map, aber der Geist ist jetzt auch nicht so spannend. Oh! Äh, wir werden gejagt. Werden wir das? Ja... Und wir sind tot, also ich... Also ich guck grad durch die Cam. Oh, ich sehe gar nix. Ich weiß, was in der Dusche so ne Luffagurke hängt. Die Dinger, mit denen man laut Fingertipps Seife machen kann. Ha ha ha, ha ha! Dieses Vampirkostüm habe ich mir aus einem Müllsack gemacht. Hmm. Chill, Alter. Baby, don't hurt me. Oh, Achtung. Sie ist, äh, die Jagd. Herrlich. Ich bin am Duschen. Jetzt ist er weg. Easy. So. Au! Äh, lol. Da war'n kann das... Aua! Alarm! Expecto Patrono, motherfucker. Was können Gespenster denn so? Zum Gucken. Jetzt gibt's aber auch fett auf die Fräsen. Aha, Dotz. Da kriecht er, Alter. Wie der kleine hässliche Kremlin, der ist! Wo bist du? Rede mit mir! Wo bist du? Das ist so unfair. Er hat gerade angegriffen, aber irgendwie auch nicht. Ja, danke. Nee. Hä? Ich glaub, der hat dich nur verarscht. Where are you? Geist. Oh. Geist, wo bist du? Hey, Geist! Geist. Danke. Okay. Rissengespenst. Hurensohn. Schnell weg. Easy Runde, Alter. Noch eine schaffen wir, oder? Cherry. Mit nem dummen Namen, Alter. Der wird schon gewonnen. Ich denk, wir sind hier unten richtig. Nee, doch nicht. Nee, doch. Hä? Nee, doch nicht. Sag mal. Lebst du noch? Ich bin tot. Nein, oder? Nö. Viel zu cool, Alter. Weil ich hab mehr Twill als ne Bohrmaschine. Okay, ich hab ihn sinken ge... Oh mein Gott! Ich weiß, wo er ist, glaub ich. Ja, wo? Hier oben. Komma. Ich möchte nicht hier sein alleine, bitte komm. Komma. Oh, ich hab UV. So, hier sagst du, hm? Ja. Dann beantworte mir eine Frage. Wie alt bist du? Oh mein Gott. Dotz. Was? Ja. Cherry. Ah, okay. Ja, dann können wir noch Zusätze machen, oder? Auch furchtbare Musik. Ja, find ich auch. Und man kann vier Sachen mitnehmen mittlerweile. Das find' er nicht gut. Ja, egal. War ne Banshee. Dschüss. Nein. Welcome back. I prepared to game after you. D começa! Ja, ja. Ja, ja. centra- Ja, naja. Das Penso, Pothen planting. Vielen Dank.